Und den ersten Analysten, den findet sogar Pitch richtig gut. Er ist der Gründer von DominateFantasy.com, hat einen eigenen Podcast, Fantasy Tilt Podcast, schreibt für die Fantasy Footballers und auf Twitter ist er auch erreichbar unter DominateFF. Nate Hamilton mit dem Draftstil des Jahres 2017. I write for the Fantasy Footballers, and I'm also co-host of the Fantasy Tilt Podcast with my buddy Keaton Denlay. One of my biggest steals of 2017 drafts has to be Adam Thielen. Now, funny story with Adam Thielen, the year before in a writer's league I was in with the Fantasy Footballers writers, Adam Thielen, I had been talking him up to everybody and people were just like, yeah, yeah, you know, because I know he had merged late in 2016. I was just saying, no, guys, you have to play him this week. It was championship week for a lot of players. And I myself, even though I talked him up all that time, I benched Adam Thielen for Taylor Gabriel from the Falcons. And that was the week that he went off over 100 yards receiving, two touchdowns, just a killer day. And it cost me the championship. So from that point forward, I said to myself, I was not going to doubt this guy, that I was going to, you know, draft him earlier than he should go. Because in 2017, in the drafts, he was going 40th wide receiver overall. He was drafted overall wise. He was drafted 106th overall. So for me, I was just like, wow, people still sleeping on this guy, even though he won a lot of championships for people the year prior. So I picked him up early. And for sure, you know, like I said, he was drafted the 40th wide receiver. He finished as the top 10 wide receiver this year in 2017. So definitely got my value with Adam Thielen. It's got to be something with those yellow gloves he has. But I'm trusting him going forward. And I think everyone else now will probably catch on to him. So he might not be a steal for 2018. But for me, 2018, if you want a quick sneak peek of a steal for 2018, I think it's going to be Jordy Nelson. I think a lot of people are going to forget how great he is when Aaron Rodgers is on the field. Because obviously Aaron Rodgers went down this season and Jordy Nelson paid for that. So if you're looking for somebody 2018, I think Jordy Nelson's your guy. But for me, 2017, Adam Thielen, he killed it for me this year. And, you know, it helps me not regret my decision back in 2016 for sitting him. So that's my steal for 2017. Be sure to check out the Fantasy Tilt podcast with myself and Keaton Denlay. And you can follow me on Twitter at DominateFF. Thanks for having me, guys. Talk to you later. Nate, vielen, vielen Dank. Thank you very much. Thank you, boy. Und er hat Adam Thielen genommen. Adam Thielen und Stefan Dix waren ja beide so Wide Receiver der Vikings, die man vor der Saison als Steal auf dem Schirm hatte. Es gab da die eine Sorte Menschen, die hatte auf Stefan Dix gesetzt, wie ich das beispielsweise machte. Hatte dann in unserer Hauptliga auch Stefan Dix in der siebten Runde nehmen können. Die andere Sorte Menschen, wie beispielsweise ein Suppi, hat dann auch Adam Thielen gebaut. Den hat er in der vierzehnten Runde bekommen. Auf welcher Seite standst du am Anfang der Saison? Thielen oder Dix? Ich war auf der Seite von Dix. Wobei man sagen muss, dass die Geschichte von Thielen natürlich auch ziemlich cool ist. Als Bursche der Stadt. Als Bursche der Stadt. In den Auditions, in dem Casting weitergekommen. Und da ist die Geschichte natürlich besser. Wobei ich dachte, ja okay, das ist halt eine Geschichte. Aber er hat sich dann echt gut gemacht. Als Bursche der Stadt. Herzlich willkommen zum Mittelalter-Fantasy-Cast hier. Beide haben dann gut geliefert und waren am Ende der Saison unter den Top 20. Also nicht verächtlich. Kann man so nehmen. Kurz wurde auch gesprochen über Jordi Nelson. Waren Wide Receiver ein sehr früher Pick. Ich glaube erste oder zweite Runde sogar von Pitch. Von Pitch, ja. Sehr, sehr enttäuschend. Aber so ist das halt, wenn du keinen Aaron Rodgers hast. Ich wäre vielleicht auch ein Top-Wide Receiver in der NFL. Aber ich habe keinen Aaron Rodgers. So sieht es aus. Auf jeden Fall. Zuwirft und von daher.